ein neuer tag ein neuer booster hallo und herzlich willkommen hier force of will rückkehr der mondpriesterin grimmzyklus set 3 ja da sind wir momentan am öffnen so und wir haben hier kein komplex als erste karte heute dann geht es weiter mit gedanken lesender fuchs ist auch ein echt schönes artwork ich weiß ich wiederhole mich immer siegel von grimmia fröhlicher vogelfänger weißer geist also wirklich es ist nicht machbar hier apostel von kein dann mondscheinvogel vertrauter des heiligen windes ein zauberstein des wassers sehr nice schöner blau ton ist ja sowieso meine lieblingsfarbe und noch mal eine rare karte und zwar apollo brecher die mond explosion in holo ja damit danke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video sehen bis dahin ciao bis dahin bis dahin